Der Schindler Ahead Smart Mirror und das Linea 800 Smart Touch Panel verwandeln ihren Aufzug in eine Kommunikationsplattform. Streamen Sie individuelle Multimedia-Inhalte wie Gebäudeinformationen oder News und profitieren Sie von Zusatzeinnahmen durch Werbung. All das ermöglicht der innovative Smart Mirror. Und mit dem webbasierten und benutzerfreundlichen Content-Management-System von Schindler bringen Sie Ihre Inhalte ganz einfach auf die Displays. Linea 800 Smart Touch ermöglicht mit seinen drei einzigartigen verknüpften HD-Displays individuell anpassbare und interaktive Inhalte. So wird der Aufenthalt für Ihre Fahrgäste zum multimedialen Erlebnis mit zukunftsweisenden visuellen Eindrücken. Extra ist der neue Standard.